So, willkommen zurück. Es geht heute um Zeitreisen und natürlich um Turing-Maschinen. Wir werden uns beschäftigen mit dem interessanten Thema der Unentscheidbarkeit. Mein Name ist Markus Krötzsch. Willkommen zurück zu diesem kleinen Kurs zum Thema Automaten und auch formale Sprachen. Momentan mehr Automaten und Grundlagen der Informatik in Form der Turing-Maschine. Beim letzten Mal hatte ich Ihnen bereits eine ganze Menge über Turing-Maschinen erklärt. Wir haben gelernt, dass laut Church-Turing-These alles, was berechenbar ist, auch mit Turing-Maschinen berechnet werden kann. Das heißt, es ist eines von vielen universellen Berechnungsmodellen. Und das gibt uns natürlich eine ganz interessante und besondere Handhabe zu untersuchen, was unsere Computer eigentlich können. Die Intuition, die viele Menschen natürlich zunächst haben, ist, dass unsere Computer alles können mit entsprechenden Aufwand und Ressourcen. Das ist natürlich falsch, wie wir als Informatiker wissen und in diesem Video werde ich Ihnen auch konkret zeigen, was zum Beispiel nicht möglich ist. Das führt uns zum Thema der sogenannten Unentscheidbarkeit. Das ist etwas, was wieder mal mit formalen Sprachen zu tun hat und ganz allgemein sich definieren lässt, aber auch mithilfe von Turing-Maschinen festgelegt ist. Wir sagen, eine Sprache L ist entscheidbar, manchmal sagen wir auch berechenbar oder rekursiv, wenn es eine Turing-Maschine M gibt, die ihr Wortproblem entscheidet. Also das ist der Sprache natürlich. Das heißt, M ist Entscheider und L ist genau die Sprache von M. Das ist also die Voraussetzung dafür, dass eine Sprache entscheidbar ist. Es gibt einen Entscheider für sie. Es gibt einen Algorithmus, der für jedes Wort uns ein Ergebnis liefert nach endlich vielen Schritten und das Ergebnis wird korrekt feststellen, ob das Wort nun in der Sprache ist oder nicht. Falls es keinen solchen Algorithmus gibt, dann nennen wir die Sprache unentscheidbar. Weiterhin sagen wir manchmal, dass eine Sprache semi-entscheidbar ist. Das nennt man auch Turing-erkennbar oder rekursiv-aufzählbar oder auch rekursiv-abzählbar, wenn es eine Turing-Maschine gibt, die L als Sprache hat, auch wenn sie kein Entscheider ist. Das sind also zwei unterschiedliche Situationen. Das hatten wir bisher bei anderen Automaten-Modellen so nicht. Ich hatte das ja schon erwähnt, Turing-Maschinen können unendlich laufen. Sie müssen nicht unbedingt halten und trotzdem kann ihr Verhalten in dem Sinne korrekt sein, dass sie unendlich nur dann laufen, wenn die Eingabe abgelehnt würde. Und wir haben ja definiert, ein unendlicher Lauf entspricht auch einer Art des Verwerfens. Das heißt, die Sprache, die dann beschrieben wird, ist richtig. Allerdings wissen wir nicht nach endlich vielen Schritten, ob das Wort nun abgelehnt wird oder nicht. Weil wenn die Turing-Maschine eben noch läuft, wissen wir nicht, braucht sie einfach noch ein bisschen oder ist sie gerade dabei, unendlich lange zu laufen. Das heißt, wir haben diese Situation, Semi-Entscheidbarkeit und Entscheidbarkeit als den besonders wünschenswerten Fall, in dem die Turing-Maschine garantiert anhält. Bei anderen Automaten mussten wir diese beiden Fälle nicht unterscheiden. Da war das eins. Man konnte sicherstellen, dass selbst die Kellerautomaten immer halten. Okay. Das also ist Entscheidbarkeit, Unentscheidbarkeit, Semi-Entscheidbarkeit. Schon an dieser Definition sehen wir, dass entscheidbar und unentscheidbar Gegensätze sind. Und dass aber Semi-Entscheidbar eine Art von Zusicherung ist, die also sicherstellt, dass es überhaupt eine Turing-Maschine gibt. Das heißt, es ist eine positive Eigenschaft, wenn etwas Semi-Entscheidbar ist. Es ist keine negative Eigenschaft. Also insbesondere sind alle entscheidbaren Sprachen auch Semi-Entscheidbar. Die sind eben nur zusätzlich entscheidbar. Oft ist es so im praktischen Sprachgebrauch, dass Menschen dann von Semi-Entscheidbarkeit sprechen, also speziell Menschen aus der Informatik natürlich, die, wenn sie meinen, dass eine Sprache nicht mehr entscheidbar ist, nur noch Semi-Entscheidbar. Das ist aber nicht ganz korrekt. Also Semi-Entscheidbar ist eigentlich eine obere Schranke. Es sagt uns, die Turing-Maschine reicht, um diese Sprache zu beschreiben. Sie reicht dafür aus, auch wenn es vielleicht nicht immer mit dem Endlichen Halten klappt. Okay. Dazu noch ein Beispiel. Wir hatten schon ein paar Sachen erwähnt in diesem Kurs, die mit Entscheidbarkeit zu tun hatten. Nämlich zum Beispiel, dass die Äquivalenz zweier kontextfreier Grammatiken unentscheidbar ist. Das heißt, es gibt für die keine Turing-Maschine. Und wir könnten das jetzt ein bisschen formaler machen, als ich es damals machen konnte. Ich könnte sagen, wir kodieren zunächst erstmal in irgendeiner Weise die Grammatik. Das geht sicherlich. Also man kann eine Grammatik in einer Datei speichern und das ist dann automatisch auch schon eine binäre Kodierung. Das heißt, wir nehmen irgendeine Kodierung der Regeln einer Grammatik in G. Das schreibe ich als enk von G. Enkodierung. Und formal bedeutet die Unentscheidbarkeit jetzt, dass eine Sprache, die ich aus Wörtern bilde, die eine Kodierung von einer ersten Grammatik hat. Und dann ein Trennzeichen und danach eine Kodierung der zweiten Grammatik. Und wobei die Sprache die Wörter nur dann enthält, wenn die Sprachen, die die beiden Grammatiken beschreiben, äh, beschreiben, pardon, äquivalent sind, also gleich sind. Oder eins von beiden keine Grammatik darstellt. Keine kontextfreie Grammatik. Dass diese Sprache unentscheidbar ist. Ja, also so kommt man von so einem Berechnungsproblem, was sagt, wir wollen die Äquivalenz entscheiden zu einem Problem, was mit einer bestimmten Sprache zu tun hat. Ja, also das scheint vielleicht erst eine Einschränkung zu sein, ist aber in der Wirklichkeit eigentlich keine Einschränkung. Wir können alle möglichen Probleme als Sprache auffassen. Und in dem Fall habe ich eben die, hier zwei verschiedene Bedingungen eingefügt für diese Sprache, weil dieses Problem sich speziell auf die Äquivalenz kontextfreier Grammatiken bezieht. Also, das heißt, die Fälle, in denen eine der Grammatiken keine kontextfreie ist, da können wir getrost akzeptieren. Das ist auch leicht zu erkennen. Das kann eine Turing-Maschine entscheiden, ob eine Grammatik kontextfrei ist. Aber falls beide kontextfrei sind und ihre Sprachen gleich sind, dann wird es schwierig. Oder wenn sie nicht gleich sind, ja, wir wissen es nicht, es lässt sich eben nicht herausfinden. Okay, das ist also ein erstes Beispiel für eine unentscheidbare Sprache, die wir schon kennengelernt haben, auch wenn wir da natürlich auch noch nicht gezeigt hatten, warum die unentscheidbar sind, ist, das wollen wir heute zum ersten Mal mit einem konkreten Problem anschauen. Natürlich ist das alles hoffentlich nicht allzu überraschend für Sie. Also, wenn ich jetzt Ihnen sage, es gibt Dinge, die man mit Turing-Maschinen nicht berechnen kann, es gibt Sprachen, die man mit Turing-Maschinen nicht beschreiben kann, dann ist das natürlich irgendwo ein alter Hut für Sie. Sie erinnern sich, wir hatten schon mal Georg Kantor hier zu Gast und wir wissen, dass es natürlich viel zu viele Sprachen gibt, um sie mit irgendeinem endlichen Formalismus alle beschreiben zu können. Und die Turing-Maschinen sind natürlich auch eine Art endlicher Darstellung. Also, wenn ich irgendeine Sprache darstellen kann mit einer Turing-Maschine, dann korrespondiert diese Turing-Maschine ja irgendwie zu einer endlichen Menge an Zeichen auf dem Papier, meinetwegen, die ich benötige, um die Turing-Maschine zu beschreiben. Und es gibt nur eine beschränkte Menge von solchen Darstellungen von Turing-Maschinen, nämlich abzählbar viele. Da jede dieser Turing-Maschinen endlich ist, gibt es abzählbar viele Endliche. Es gibt auch abzählbar viele Algorithmen, abzählbar viele Computerprogramme in irgendeiner Sprache. Das hatten wir schon besprochen. Es gibt aber, wie Sie wissen, überabzählbar viele Sprachen. Also sind die allermeisten Sprachen unentscheidbar, weil wir einfach viel zu viele Sprachen haben und viel zu wenig Software. Okay. Das ist insofern keine Überraschung. Damit bekommt man aber kein konkretes Beispiel für so eine Sprache. Und das, was ich Ihnen gerade genannt hatte, ist zwar konkret, aber das kommt bisher erst mal aus dem Nichts. Da habe ich nichts darüber gesagt, warum das eigentlich unentscheidbar ist. Wie kommt man also eigentlich zu einem unentscheidbaren Problem? Wie sieht man sowas? Wie kann man ein konkretes Berechnungsproblem als unentscheidbar erkennen? Und das wollen wir heute machen. Sie werden sehen, das ist relativ einfach eigentlich. Es gehört gar nicht so viel dazu, um da einen Anfang zu finden. Und das Problem, für das wir das machen wollen, ist auch eines der berühmtesten Probleme der Informatik, nämlich das Halteproblem. Das Halteproblem besteht in der folgenden Frage. Gegeben eine Turing-Maschine M und ein Wort W, wird M für die Eingabe W jemals anhalten? Also, wir wissen, dass das nicht immer so ist. Turing-Maschinen können unendlich lange laufen. Und ich hatte auch schon angedeutet, dass das eine sehr komplizierte Sache ist. Sie erinnern sich, fünf Zustände genügen, um Turing-Maschinen zu definieren, von denen kein Mensch weiß, ob sie jemals anhalten. Oder zumindest keiner sicher weiß, ob sie jemals anhalten. Wir vermuten mal, sie halten nicht, denn wir haben sie schon für sehr viele Schritte simuliert. Aber er weiß schon, was genau dahinter steht. Also, das Halteproblem, eine wichtige Frage. In der Form, wie es hier steht, natürlich eine theoretische Frage über Turing-Maschinen und Wörter und so weiter. Aber letztlich auch eine praktische Frage. Also, Sie könnten das ja auch für beliebige Software fragen. Sie haben ein Programm geschrieben, Sie wollen wissen, ob das jemals anhält oder ob das eine Endlosschleife kommt. Das wäre ja vielleicht ganz praktisch, wenn Ihre IDE das Ihnen mitteilen könnte. Wenn es dann ein mögliches Problem gäbe, dass es in manchen Fällen eine Endlosschleife geben könnte, zum Beispiel. Gut, geht nicht. Werden wir sehen. Um das wirklich zu sehen, müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Denn so wie ich das hier schreibe, ist das schon wieder zwar ein Problem, aber keine Sprache. Was ist hier eigentlich die Sprache, die wir als unentscheidbar erkennen wollen? Das müsste ich mal noch erklären. Und um das erklären zu können, müssen wir Turing-Maschinen als Eingaben verwenden. Das Problem besteht ja darin, dass man eine Turing-Maschine gegeben kriegt und dann über diese Turing-Maschine eine bestimmte Aussage machen soll. Das heißt, die Turing-Maschine ist die Eingabe und dazu müssen wir sie irgendwie kodieren. Wir hatten sie bisher ja als Sextupel von irgendwelchen mathematischen Sonderzeichen aufgeschrieben. Das ist natürlich jetzt erstmal noch keine direkte Kodierung, die man an eine andere Turing-Maschine weitergeben könnte. Wie so oft bei Turing-Maschinen kommt es auf das Detail hier überhaupt nicht an. Also es genügt, irgendeine Kodierung zu haben, die vernünftig ist, die nicht völlig seltsam ist, die man mit einer Turing-Maschine auswerten kann, effektiv. Ja, die nicht schon so kompliziert ist, dass man sie nicht mit einem Computer-Programm dekodieren kann, in einem gewissen Sinne. Okay, was könnten wir zum Beispiel nehmen? Hier ist ein grauer Kasten, der beschreibt die Details. Ich möchte sie gar nicht so sehr durchgehen hier. Ich denke, Sie können sich das vorstellen. Turing-Maschinen kann man irgendwie binär kodieren. Hier würden wir konkret ein Alphabet verwenden aus 0, 1 und Raute. Und wir könnten zum Beispiel sagen, die Zustände sind einfach durchnummeriert und wir kodieren sie als eine Folge von binär kodierten Zahlen mit 0 und 1. Wir können auch für die verschiedenen Bewegungsrichtungen binäre Kodierungen angeben. Und dann das Herzstück der Turing-Maschine sind ja letztlich diese Übergänge. Also das heißt, für bestimmte Eingaben gibt es bestimmte Folgen, also jeweils dieses Triple hier. Und damit haben wir letztlich für jeden solchen Übergang fünf Bestimmungsstücke, zwei Zustände, zwei Symbole, eine Richtung. Die können wir einfach hintereinander aufschreiben und das ist dann Teil der BID-A-Kodierung. Und das können Sie mit allen existierenden, allen definierten Übergängen machen. Dann haben Sie die Übergangsfunktion, die ja endlich ist, an sich kodiert. Das müssen Sie jetzt irgendwie hintereinander hängen, vielleicht durch doppelte Trennzeichen, damit Sie wissen, wo ein bestimmter Teil, also die Zustände zum Beispiel, enden. Und wo das kodierte Eingabe-Alphabet beginnt. Aber auch das ist nicht schwierig. Also sowas in dieser Art könnten Sie machen. Und ich werde solche Kurzschreibweisen wie eng von m und auch eng von einem bestimmten Wort, von einem bestimmten Alphabet in den nächsten Folien verwenden. Einfach annehmen, dass wir irgendwie definiert haben, wie man das kodiert. Gut, okay, Turing-Maschinen lassen sich kodieren. Und jetzt kommen wir dazu, dass wir das Halteproblem formal definieren können. Das lässt sich so erreichen, wie hier in dieser Kiste. Das Halteproblem ist das Wortproblem für die Sprache, die Sie hier sehen. Die Sprache besteht aus Wörtern der Form Kodierung von m. Trennzeichen, Trennzeichen, Kodierung eines Wortes. Wobei die Turing-Maschine, die hier kodiert wird, halten soll, wenn das Wort, was hier kodiert wird, als Eingabe vorliegt. Also wir wollen nur diese Wörter, bei denen das erfüllt ist. Und das ist also eine Art, wie man dieses Problem als Sprache ausdrücken kann. Wenn wir einen Algorithmus haben, der für solche kodierten Wörter die richtige Ja-Nein-Entscheidung treffen kann, dann haben wir das Problem gelöst. Wir müssen ja nur eine entsprechende, also wenn wir uns für eine bestimmte Maschine interessieren, müssen wir nur diese Maschine kodieren und das Wort. Und dann den Algorithmus mit dieser Eingabe befragen. Und dann wissen wir, was die Antwort wäre. Okay, gut. Gut, also so haben wir das Halteproblem als Sprache definiert. Wichtiger, kleiner, subtiler Punkt hier an der Stelle ist vielleicht, dass natürlich nicht alle Wörter, die man über 0, 1 und Raute bilden kann, überhaupt so eine Kodierung einer Maschine und eines Wortes darstellen. Also bei Wörtern ist man vielleicht noch relativ flexibel, aber bei Maschinen ist natürlich das Format schon wichtig. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie man hier überhaupt keine Maschine kodieren kann. Und es gibt also dann eine fehlerhafte Kodierung. Was definiert unsere Angabe hier für diesen Fall? Naja, die Menge, die wir hier aufgeschrieben haben, sagt ja, es ist die Menge aller Wörter, die diese Form haben für Turing-Maschine und Wort mit diesen Eigenschaften. Das heißt, die Sprache enthält nur korrekt kodierte Strings. Das bedeutet, was wir hier indirekt auch mit definiert haben, ist, dass alle fehlerhaften Kodierungen abgelehnt werden. Und das ist typisch, wenn man ein Entscheidungsproblem definieren will, dass man sagt, ja, Akzeptanz eines Wortes in der Sprache bedeutet, die Frage, die ich gestellt habe, wird mit Ja beantwortet. Das bedeutet, Ablehnung bedeutet, entweder die Frage, die ich gestellt habe, wird mit Nein beantwortet oder die Eingabe, die ich hier gegeben habe, kodiert überhaupt keine Frage. Das geht natürlich meistens auch. Nur die Frage, ob die Kodierung stimmt, lässt sich in der Regel sehr einfach entscheiden. Das heißt, darin besteht keine Schwierigkeit und diese Fälle können wir immer erkennen. Das ist also keine praktische Problematik irgendwie. Aber das nur zur Klärung, dass das natürlich immer mit drinsteckt, wenn ich das in der Sprache formuliere, dass ich nicht nur korrekte Kodierungen habe. Okay, das also ist das formale Problem. Und jetzt möchten wir zeigen, dass dieses Problem unentscheidbar ist. Und das soll passieren mit Hilfe eines Widerspruchsbeweises. An der Stelle kommen wir zu dem Punkt, den ich eingangs angesprochen habe. Wir wollen das mit Zeitreisen lösen. Wie konkret meine ich das? Und zwar ist die Unmöglichkeit der Existenz einer Turing-Maschine, die das Halteproblem löst, eigentlich ziemlich analog zu der Unmöglichkeit der Existenz bestimmter Zeitreisemaschinen. Sie könnten, und im Prinzip könnten sie es auch genau mit einem ähnlichen Argument widerlegen. Angenommen, ich hätte eine Zeitmaschine. Sie erlaubt mir, in die Zukunft zu schauen. Ganz ähnlich wie eine Turing-Maschine dieses Halteproblem löst. Sie schaut in die Zukunft. Sie schaut, ob die Turing-Maschine jemals hält für die Eingabe. Ich habe also eine Zeitmaschine. Ich kann in die Zukunft schauen. Und nehmen wir an, wir sind jetzt gemeinsam in einem Raum, wie wir es vielleicht in einer normalen Vorlesung unter normalen Bedingungen wären. Dann könnte ich in die Zukunft schauen, sagen wir fünf Minuten. Und herausfinden, ob jemand den Raum verlässt oder nicht den Raum verlässt. Dann kann ich Ihnen sagen, ja, ich weiß, wer den Raum verlassen wird in fünf Minuten. Überlegen Sie sich, ob Sie rausgehen jetzt oder nicht. Und ich verhalte mich dann auch entsprechend, nämlich indem ich sage, nennen Sie mir einfach irgendeine Person hier im Raum. Und ich weiß ja, ob diese Person den Raum verlassen wird. Und ich verhalte mich dann genau entgegengesetzt, wenn die Person den Raum verlässt. Setze ich mich hin und warte. Wenn die Person den Raum nicht verlassen wird, in fünf Minuten noch da ist, dann gehe ich gleich raus jetzt. Okay, das ist eine Zeitmaschine und eine ganz tolle Sache. Kann Leute beeindrucken mit dem kleinen Trick, dass ich schon weiß, wie sie sich entschieden haben oder wie sie sich entscheiden werden. Das funktioniert so lange gut, bis jemand der Anwesenden auf die Idee kommt, zu sagen, na, wählen wir doch mal Sie selbst als Person aus. Schauen Sie mal, was Sie selbst in der Zukunft machen und dann verhalten Sie sich entsprechend. Und mache ich das, sehe ich, aha, ich bin selbst aus dem Raum rausgegangen, also setze ich mich hin und bleibe in dem Raum. Aber dann gehe ich ja gar nicht raus, oder? Ich bin noch im Raum, also gehe ich sofort raus. Was auch nicht funktioniert, ja. Das ist also ein Paradoxon. Und Sie sehen, also damit könnte man argumentieren, dass eine solche Zeitmaschine unmöglich ist. In Science-Fiction-Narrativen wird es dann zum Teil auch anders gelöst. Irgendwelche Widrigkeiten hindern mich daran, den Raum zu verlassen, obwohl ich es eigentlich wollte. Das geht aber in der Mathematik nicht so einfach. Wenn dort was Paradox ist, dann bleibt es auch Paradox. Und im Prinzip wollen wir die genau gleiche Idee auf Turing-Maschinen anwenden. Das heißt also, wir betrachten jetzt unsere Halteproblem-Maschine als die hypothetische Zeitmaschine, die die Zukunft kennt. Und wir programmieren eine Turing-Maschine, die dann sich entsprechend verhält und zeigen, dass das nicht sein kann. Okay, das ist der Beweisplan. Zeitreisen mit Turing-Maschinen. Und jetzt mache ich es nochmal formal. Und ich hoffe, dann haben Sie das auch gut verstanden, wie das funktioniert. Also, Widerspruchsbeweis. Angenommen, es gäbe eine Zeitmaschine, es gäbe eine deterministische Turing-Maschine, H, die das Halteproblem entscheidet. Ich nenne die H wie Halteproblem. Das heißt, H hält immer. Es ist ein Entscheider. Und akzeptiert Eingaben von dieser codierten Form, wie wir sie gerade gesehen haben. Codierung einer Maschine, Codierung eines Wortes. Genau dann, wenn die Maschine auf diesem Eingabewort anhält. So, ich nehme an, ich habe sowas. Dann kann ich diese Turing-Maschine, dieses Programm, ja verwenden in beliebigen anderen Turing-Maschinen. Auch als Subroutine. Ich kann ja noch ein bisschen drumherum programmieren. Und wir machen das jetzt und entwickeln eine neue deterministische Turing-Maschine, D. Die nenne ich D für Diagonalisierung. Weil das, was wir hier machen, im Prinzip ein kantorsches, fast kantorsches Diagonalisierungsargument wird. Okay. Tut aber nichts zur Sache, wir nennen sie einfach D. Was soll die tun, diese Turing-Maschine? Naja, zunächst einmal, wenn sie eine Eingabe W erhält, dann schreibt sie diese zunächst in folgende Form um. W, Trennzeichen, Trennzeichen, Codierung des Wortes W. Wir können jedes Wort codieren und das wird sich auch berechnen lassen. Also das geht irgendwie an eine Turing-Maschine, die die Codierung nachvollzieht. Mit einer sinnvollen Codierung, mit einer vernünftigen Codierung klappt das. Zweiter Schritt. Und D führt die magische Halteproblemsturing-Maschine auf dieser Eingabe aus. Wir haben das jetzt auf dem Band, jetzt lassen wir diese Subroutine laufen. Und schauen mal, was sie tut. Das können wir zum Beispiel dadurch erreichen, dass wir einfach die Zustände dieser Halteproblemsturing-Maschine einfach in unseren Zustandsgraf einfügen. Und die Übergänge alle so bearbeiten, wie das diese Halteproblemsturing-Maschine machen würde. Und dabei das ganze Wort abarbeiten, bis die Maschine H hält. Da landet sie in irgendwelchen Endzuständen und dort können wir dann wieder die Kontrolle übernehmen und in unseren Graphen von D weitergehen. Und so funktioniert es also auch konkret mit dieser Subroutinen-Idee. Okay. Wir führen also H auf dieser Eingabe aus und tun jetzt das Folgende. Wenn H die Eingabe nicht akzeptiert, also false zurückliefert, dann hält D unverzüglich und akzeptiert. Andernfalls, wenn H die Eingabe akzeptiert, dann geht D in eine Endlosschleife und hält nicht. Das lässt sich auch leicht realisieren. Sie wechseln in einen Zustand, aus dem es kein Entkommen gibt und in dem man immer weiter irgendetwas tut. Es muss nicht mal was Produktives sein. Sie müssen nicht viele Dinge schreiben. Es reicht, wenn Sie einfach nur immer weiter übergängig ausführen. Okay. Gut. Und das ist jetzt, das entspricht jetzt den beiden Aktivitäten. Ja, also wenn ich sehe, dass jemand den Raum verlässt, dann bleibe ich im Raum. Wenn ich sehe, dass jemand, die ausgewählte Person, den Raum nicht verlässt, dann verlasse ich den Raum. Das sind die gegensätzlichen Handlungen wie bei der Zeitreise. Die Idee ist also ganz einfach. D, so wie ich es hier definiert habe, hält und akzeptiert eine Turing-Maschinen-Codierung, Encodierung von M, genau dann, wenn M auf der Eingabe, die die Form hat, Encodierung von M, nicht hält. Okay. Ist das ein bisschen verwirrend? Vielleicht, ja. Hier hatten wir ja noch gar nicht davon gesprochen, dass W eine Codierung einer Turing-Maschine ist. Aber natürlich, wenn wir diese Art von Umcodierung hier durchführen, dann bedeutet das, H, diese Haltemaschine, macht nur dann etwas Interessantes und Sinnvolles, wenn W selbst eine Turing-Maschine codiert. Und was geben wir dieser Turing-Maschine als Eingabe? Naja, wir schreiben hier die Codierung von W. Die wird ja wieder dekodiert von H. Und W selbst wird dann der Input für diese Turing-Maschine, auf dem wir prüfen, ob die Turing-Maschine nun hält oder nicht. Das heißt, das Eingabe-Wort hat wirklich wörtlich die Form Enc von W, von M. Und daher kommt diese Situation hier. Also die Turing-Maschine hält auf ihrer eigenen Codierung oder eben nicht. Und D wird genau das Gegenteil tun. Okay. Das ist die Konstruktion von D. Und dieser Teil der Konstruktion ist nicht besonders schwierig, wenn man denn dieses H hat, dieses Mysteriöse, was wir hier annehmen und zum Widerspruch führen wird. Und alles andere ist offensichtlich oder relativ leicht zu argumentieren, dass das machbar ist. Nur das H muss man dazu vorher haben. Okay. Also, hier nochmal die Zusammenfassung. Das gleiche stand gerade schon mal unten. D tut das Gegenteil, wie M auf seiner eigenen Codierung tun wird. Und für solche Inputs, ja, für Inputs, die eine codierte Turing-Maschine beschreiben, für andere Inputs ist das Verhalten völlig egal. Das brauchen wir für den Beweis gar nicht betrachten. Okay. So, das ist jetzt soweit passiert. Das Experiment mit der Zeitreise ist vorbereitet. Und jetzt kommt jemand und sagt, verhalten Sie sich doch mal so, wie Sie selbst sich in fünf Minuten nicht verhalten werden. Und das entspricht genau der Idee, dass wir nun diese Maschine D für die Eingabe-Codierung von D ausführen. Die Maschine D, wie wir sie gerade konstruiert haben, unter der Annahme, dass es so eine Maschine H gibt, ist ja was sehr Konkretes. Das ist ja nicht nur eine irgendwie abstrakte oder als Template definierte Maschine, sondern das ist wirklich eine spezifische Turing-Maschine, die man so dann konstruieren könnte. Und die kann man natürlich auch codieren. Also das ist ein endliches Gebilde und die hat irgendwie so eine Darstellung als Codierung von D. Wenn das also als Eingabe gegeben wird, was passiert? Na ja, falls D für die Eingabe-Codierung von D hält, dann akzeptiert H die Eingabe-Codierung von D, Codierung der Codierung von D, weil H ja entscheidet, ob sie hält. Also wenn sie hält, dann wird H das auch akzeptieren und voraussagen, dass sie hält. Doch wenn H das akzeptiert, dann haben wir ja D so definiert, dass es nicht halten wird. Dann gehen wir ja in die Endlosschleife. Das machen wir nach der Subroutine. Das heißt, das kann gar nicht passieren. Das würde einen Widerspruch erzeugen, dann hätte H falsch entschieden. Übrigens, solche doppelten Escaping-Ausdrücke kennen Sie sicherlich auch vom Programmieren. Zumindest wenn Sie mal versucht haben, ein Bash-Script zu programmieren oder irgendwas ähnliches, dann ist Ihnen das nur allzu geläufig, dass man manchmal solche geschachtelten Escapes benötigt. Ja, ich hoffe aber, wenn Sie darüber nachdenken in Ruhe, ich habe es ja gerade schon mal erklärt, dann wird Ihnen klar, dass wir das so brauchen. Okay, das heißt also, der Fall, dass D auf seine eigenen Codierung hält, ist schon mal ausgeschlossen. Denn in diesem Fall müsste H sich irren bezüglich D. Okay, schauen wir mal den anderen Fall an. Falls D auf der Eingabe nicht hält, dann sagt H das korrekt voraus. Das heißt, H wird die Eingabe, die wir ihm geben, nicht akzeptieren. Doch dann reagiert ja D genau umgekehrt. D wird sofort halten, weil die Subroutine in Falls zurückgeliefert hat. Und auch dann hat also H die Entscheidung nicht korrekt vorhergesagt. Widerspruch. Ja, also offensichtlich in keinem der beiden möglichen Fälle ist das, was wir hier als Konsequenz finden, irgendwie konsistent und in sich flüssig. Das heißt, es kann irgendetwas mit unseren Annahmen nicht gestimmt haben. Und das ist natürlich in dem Fall höchstens, dass es keine solche Maschine H gibt. Wir könnten es auch ein bisschen anders sagen. Wir könnten sagen, nicht, dass es keine Zeitmaschinen gibt, sondern dass Zeitmaschinen nicht das Verhalten von Zeitreisenden vorhersagen können. Ja, also das wäre vielleicht eine andere Möglichkeit, das Problem zu lösen und zu sagen, ja, vielleicht gibt es so ein H, aber für D funktioniert das nicht. Es funktioniert dann nicht für alle Turing-Maschinen, nur für manche. Nur für einfacher vielleicht. Und tatsächlich kann man sich auch in diese Richtung interessante Dinge vorstellen, auch mathematisch interessante Dinge vorstellen. Man kann zum Beispiel sagen, ja, nehmen wir mal an, wir haben Turing-Maschinen, die das Halteproblem von anderen Turing-Maschinen entscheiden können. Das sind sozusagen die Zeitreisenden. Dann können sie zwar nicht das eigene Halteproblem entscheiden, aber vielleicht können sie dann trotzdem noch andere Dinge machen. Solche Überlegungen sind natürlich sehr hypothetisch und theoretisch, da wir in der Praxis keine Computer, keine normalen Turing-Maschinen haben, die das lösen können. Und das ist genau das, was dieser Beweis zeigt. Also, man kann in verschiedene Richtungen hier weitergehen, aber für uns hier sieht man, man kommt zu einem Widerspruch, wenn man annimmt, dass eine normale Turing-Maschine das Halteproblem für normale Turing-Maschinen innerlich lösen könnte. Okay, gut. Damit endet der Beweis. Ich habe ihn ein bisschen ausgedehnt, weil ich viele Sachen dreimal erklärt habe. Ich hoffe, zu Ihrem Vorteil. Es ist aber insgesamt ein relativ einfacher Beweis gewesen, wie Sie gesehen haben. Also, damit schon kann man konkrete Probleme als unentscheidbar erkennen. Wir wollen aber nicht mit so einer ganz negativen Sicht vielleicht enden, sondern auch zeigen, dass es zumindest möglich ist, ein bisschen was zu tun, auch beim Halteproblem. Und um dahin zu kommen, möchte ich noch einen kleinen Zwischenschritt gehen, nämlich über die universelle Turing-Maschine reden. Die universelle Turing-Maschine ist etwas, was relativ leicht zu erklären ist. Die Idee ist einfach, dass wir eine Turing-Maschine konstruieren, die das Verhalten anderer Turing-Maschinen simuliert. Also, es gibt eine Turing-Maschine U, universell, die für Eingaben der Form Kodierung einer Turing-Maschine, Kodierung eines Wortes, das Verhalten von M auf W simuliert. Also, von der kodierten Turing-Maschine auf dem kodierten Wort. Was heißt simuliert? Es heißt, falls die Turing-Maschine M auf dem Wort W hält, dann hält auch die universelle Turing-Maschine auf dieser Kodierung, und zwar mit dem gleichen Ergebnis. Akzeptanz wird Akzeptanz, verwerfen wird verwerfen. Falls M auf W nicht hält, dann hält auch die universelle Turing-Maschine auf dieser Kodierung nicht. Das heißt, die universelle Turing-Maschine tut immer genau das Gleiche auf der Kodierung, wie die eigentliche Turing-Maschine auf dem Wort getan hätte. Und das ist also auch ein ziemlich starkes Resultat, dass es solche Maschinen gibt. Das heißt im Prinzip, dass man beliebige Turing-Maschinen-Berechnungen schon mit einer einzigen sinnvoll kodierten Turing-Maschine durchführen kann, auch wenn diese einzelne Turing-Maschine natürlich ein festes Eingabe-Alphabet und ein festes Band-Alphabet hat. Ja, also die Turing-Maschinen, die wir simulieren, könnten ja beliebige Alphabete verwenden. Aber in der Kodierung wird alles irgendwie vielleicht auf 0 und 1 oder auf 0 und 1 und ein Trennzeichen oder wie auch immer zurückgebracht. Und damit arbeitet unsere universelle Turing-Maschine. Das heißt, unabhängig vom Alphabet kann sie immer mit wenigen Zeichen auskommen. Das im Detail zu beschreiben, ist etwas aufwendig. Skizzenhaft ist es nicht sehr kompliziert. Im Detail ist es ziemlich umfangreich und wird in der Regel nicht gemacht. Intuitiv gleichwertig ist aber das Programmieren eines Turing-Maschinen-Simulators in einer beliebigen Programmiersprache. Und wenn ich es so formuliere, dann sagen sie hoffentlich, ja klar, das würde man hinbekommen. Nach dem, was ich Ihnen über Turing-Maschinen gesagt habe, wenn Sie jetzt in Java, Python oder C oder wie auch immer in Rust eine Turing-Maschinen-Simulation programmieren sollten, die mit irgendeiner Kodierung von Turing-Maschinen dann die Schritte ausführt und einfach das Gleiche tut, also auch endlos läuft, wenn die Turing-Maschine endlos läuft, dann wäre das sicherlich nicht allzu schwer. Und man sieht zumindest, dass das machbar ist, dass das nichts Unmögliches darstellt. Okay, das also ist die universelle Turing-Maschine. Und warum führe ich die Ihnen ein? Naja, zum einen natürlich, weil diese Art von Universalität eine ganz wunderbare Sache ist in der Informatik. Es ist im Prinzip der Grund, warum wir Software haben und nicht für jedes Problem einen neuen Computer anschaffen müssen. Also die universelle Turing-Maschine ist ja letztlich so etwas, wie das Gerät, in das Sie gerade schauen, ein Interpreter, der beliebige Algorithmen ausführen kann. Und Sie können die Algorithmen selbst binär kodieren. Das nennt man dann eben ausführbare Programme, Binarys. Und Ihre universelle Turing-Maschine kann die dann ausführen. Und das ist eine schöne Sache, ja. Also es würde keine Software geben, wenn das nicht ginge. Für uns hier in diesem Video hat es aber noch eine andere nützliche Funktion. Wir können nämlich die universelle Turing-Maschine verwenden, um zu sehen, dass das Haldeproblem, von dem ich gerade gezeigt habe, dass es nicht entscheidbar ist, wenigstens semi-entscheidbar ist. Satz, das Haldeproblem ist semi-entscheidbar. Beweisskizze. Die gesuchte Turing-Maschine, also die Turing-Maschine, die das semi-entscheidert, die diese Sprache erkennt, auch wenn sie kein Entscheider ist, startet intern einfach eine universelle Turing-Maschine auf der Eingabe und verändert das Ergebnis der universellen Turing-Maschine dann geringfügig, indem sie nämlich immer dann akzeptiert, wenn sie hält. Egal, ob das Halten akzeptierendes oder verwerfendes Halten war. Und wenn sie nicht hält, na gut, dann hält sie nicht. Okay, das ist auch eine einfache Verwendung dieser Universalitätsidee und ist natürlich genauso einsichtig, wie dass man Turing-Maschinen simulieren kann. Also am Ende simulieren wir einfach die Turing-Maschine, um das Haldeproblem zu entscheiden. Und wenn wir Glück haben, hält sie, dann haben wir zumindest die positive Antwort. Wenn wir Pech haben, hält sie nicht, dann werden wir es auch nie herausfinden mit dieser Herangehensweise. Okay. Es gibt natürlich Fälle, in denen man sehen kann, dass die Turing-Maschine nicht hält. So ist es nicht. Man kann das auch manchmal beweisen. Oder es gibt vielleicht auch einfache Fälle, die man leicht mit einem Algorithmus erkennen könnte. Aber wir machen hier gar nicht den Versuch, solche einfachen Fälle zu finden. Denn wir wissen schon, wir werden niemals alle Fälle damit abdecken. Ansonsten wäre dieser Widerspruchsbeweis, den wir gerade gezeigt haben, irgendwo falsch. Okay. Gut. Also immerhin semientscheidbar. Und jetzt könnten wir natürlich sagen, ja, das heißt, wir haben zwar ein unentscheidbares Problem, aber wir haben immer noch kein Beispiel für ein nicht semientscheidbares Problem, ein nicht Turing-erkennbares Problem. Obwohl ja Kantor wiederum uns sagt, es gibt so viele Probleme, dass es garantiert auch welche gibt, die nicht mal erkannt werden mit irgendeiner Turing-Maschine. Es gibt einfach nicht genug Turing-Maschinen. Können wir also bitte noch ein konkretes Problem sehen, das nicht semientscheidbar ist, das nicht Turing-erkennbar wäre? Okay. Ich mache es mir mal ganz einfach, um Ihnen da eins zu zeigen. Und zwar nehmen wir das Komplement des Halteproblems. Die Frage ist einfach, wird die gegebene Turing-Maschine nicht anhalten? Warum ist dieses Problem nicht semientscheidbar? Naja, die Grundidee ist, ich hatte es gerade schon auf der Folie, aber ich erkläre es Ihnen lieber so, die Grundidee ist ganz einfach. Semientscheidbarkeit ist ja ein, ja, der Begriff ist schon gut gewählt, denn er sagt uns, dass wir zumindest in der Hälfte der Fälle, in der einen möglichen Situation, ein Ergebnis nach endlich vielen Schritten erhalten. Also nach endlicher Zeit wird der Algorithmus True zurückliefern, falls das die richtige Antwort ist. Wir wissen natürlich nicht, wie lange das dauert. Kurze Überlegung, warum wissen wir das nicht? Können wir nicht sagen, ja, er wird True zurückliefern in quadratischer Zeit oder in exponentiell vielen Schritten oder sowas. Und in anderen Fällen vielleicht nie halten. Naja, wenn es so wäre, dann hätten wir ja einen Entscheider. Wenn wir wüssten, wie lange das positive Ergebnis höchstens auf sich warten lässt, dann könnten wir in allen Fällen, in denen wir länger rechnen als diese Zeit, auch sicher sein, dass das Ergebnis negativ ist. Und dann hätten wir einen Entscheider gefunden. Dann wäre es nicht nur Semi-entscheidbar, sondern auch entscheidbar. Die Situation beim Halteproblem ist so, dass wir die Semi-entscheidbarkeit haben. Und wie zeigen wir jetzt, dass nicht auch das Komplement des Halteproblems, das Nicht-Halteproblem sozusagen, semi-entscheidbar ist? Das machen wir ganz einfach wieder durch Widerspruch, indem wir argumentieren. Wenn wir jetzt noch einen zweiten Algorithmus hätten, der das Nicht-Halteproblem-Semi entscheidet, dann könnten wir diesen Algorithmus ja laufen lassen. Und wenn die Turing-Maschine nicht hält, würde er irgendwann true zurückliefern. Er würde irgendwann nach endlich vielen Schritten das erkannt haben, dass die Turing-Maschine nicht hält und würde uns fröhlich dieses Ergebnis mitteilen. Der Semi-entscheidungsalgorithmus für das Halteproblem hat aber die gleiche Eigenschaft, nur für den Rest der Fälle. Der wird uns immer nach endlicher Zeit Bescheid sagen, wenn die Maschine hält. Und wenn also beide Algorithmen existieren würden, dann müssten wir einfach nur beide Algorithmen parallel ausführen. auf zwei Computern, aber auch mit einer Turing-Maschine geht das. Ja, Sie können sich leicht vorstellen, Sie haben zum Beispiel, nehmen Sie zwei Bänder und auf dem einen rechnen Sie das eine, auf dem anderen das andere oder Sie machen es irgendwie hintereinander, Schritt für Schritt, das ist egal. Wir könnten beide diese Algorithmen jedenfalls gleichzeitig ausführen und wir wüssten, dass das nicht unendlich lange ohne Ergebnis bleibt. Einer der beiden Fälle muss ja eintreten. Entweder der Algorithmus die Turing-Maschine hält oder sie hält nicht und in jedem der Fälle muss einer der beiden Algorithmen nach endlich vielen Schritten erfolgreich sein. Und je nachdem, welcher es ist, geben wir dann das Ergebnis zurück. Also entweder hält oder hält nicht. Das heißt, dann hätten wir einen Entscheider. Und dass es keinen Entscheider gibt, haben wir ja schon bewiesen. Also sind wir sicher, dass das Komplement des Halteproblems nicht Turing-erkennbar ist. Hier steht es nochmal, angenommen, das Problem wäre Turing-erkennbar, dann könnten wir das Halteproblem entscheiden, indem wir die Semi-Entscheidungs-Algorithmen für Halteprobleme und Komplement parallel abarbeiten. Einer der beiden Algorithmen muss halten und liefert dann das gesuchte Ergebnis. Widerspruch. Okay. So kann man es übrigens allgemein machen. Semi-Entscheidbarkeit und Co-Semi-Entscheidbarkeit ergibt Entscheidbarkeit. Das ist immer so. Und es gibt tatsächlich praktische Probleme für das, für die wir keine besseren Algorithmen kennen als so einen Ansatz. Das ist natürlich der Worst-Worst-Worst-Case-Ansatz. Also wenn Sie so einen Algorithmus haben, der zwei Semi-Entscheidungsprozeduren gegeneinander antreten lässt und dann die erste, die ein Ergebnis liefert, als Grundlage für die Entscheidung nimmt, dann haben Sie einen Algorithmus, der beliebig lang laufen kann, für den Sie keinerlei Abschätzung geben können, wie lang der läuft. Warum ist das so? Naja, habe ich gerade erklärt. Wenn Sie wüssten, wie lang das höchstens dauert, dann hätten Sie ja schon mit einem der beiden einen Entscheidungs-Algorithmus. Wenn Sie wirklich nur Semi-Entscheidungen hinbekommen, dann müssen Sie auch das Problem haben, dass Sie bei beiden Algorithmen nicht wissen, wie lang die benötigen können. Und das heißt, Sie haben wirklich eine Situation, wo Sie nur bewiesen haben, dass es irgendwann nach endlich vielen Schritten mal ein Ergebnis gibt, aber Sie haben wirklich keinen Schimmer, wann das sein wird. Exponentiell viele Schritte, exponentiell, exponentiell viele Schritte oder noch was viel Schlimmeres, Ackermann-Funktion viele Schritte. All das reicht nicht aus, um abzuschätzen, wie schlimm es am Ende werden könnte. Denn all das sind berechenbare Funktionen, die Sie benutzen könnten, um zu wissen, ob es sich noch lohnt, weiterzurechnen. Okay. Gut, das war ein bisschen ein kleiner Exkurs in andere Themen, die wir nochmal im Detail in einer zukünftigen Videoreihe zum Thema theoretische Informatik behandeln werden, denke ich. Okay. Sie sehen, viele interessante Dinge, die man hier machen kann. Und wir haben ein paar konkrete Beispiele, auch konkrete praktische Beispiele gesehen, für Turing-erkennbare und nicht-Turing-erkennbare Probleme und für entscheidbare und nicht-entscheidbare Probleme. Und da werden noch ein paar mehr dazukommen, aber jetzt wissen wir ja konkret, was dahinter steht, wenn ich sowas sage. Wenn ich sage, ein Problem ist unentscheidbar, dann werden wir es nicht mehr in diesem großen Detail machen. jeweils. Als Abschluss noch ein kleiner Kommentar zu einem Begriff, der gerne und oft auftaucht, nämlich der Begriff der Turing-Mächtigkeit. Wir sagen, dass ein bestimmter Formalismus, irgendeine Art von Berechnungsansatz, Turing-mächtig ist, wenn er stark genug ist, um das Ein- und Ausgabeverhalten einer Turing-Maschine zu simulieren. Ich könnte auch äquivalent sagen, wenn er eine universelle Turing-Maschine kodieren kann. Also es reicht schon aus, diese eine Turing-Maschine zu simulieren offensichtlich, denn sie ist so stark, dass sie alle anderen auch simulieren kann. Okay. Das nennt man Turing-mächtig und das ist etwas, was wir in der Informatik sehr oft antreffen. Mal gewünscht, mal nicht gewünscht. Es ist natürlich ein Vorteil für viele Dinge, wenn sie Turing-mächtig sind, insbesondere bei Programmiersprachen. Wir wünschen uns in der Regel, dass unsere Programmiersprachen Turing-mächtig sind, sonst würden wir sie vielleicht nicht einmal Programmiersprache nennen, weil damit garantieren wir ein Maximum an Berechnungsstärke. Es gibt immer noch vielleicht praktische Dinge, die die Programmiersprache aus dem einen oder anderen Grund nicht kann, aber was die Berechnung angeht, kann sie alles. Nachteil ist aber, dass in manchen Fällen Turing-Mächtigkeit auch viel zu viel ist und viel mehr als das, was man sich eigentlich gewünscht hat, weil es im Prinzip bedeutet, dass alle interessanten Fragen, alle interessanten Analysen, die man in Bezug auf die berechnete Funktion anstellen könnte, unentscheidbar sind. Zum Beispiel die Äquivalenz zweier Darstellungen. Also ist das eine Programm genau gleichwertig mit dem anderen für Turing-Maschinen und Turing-mächtige Darstellungen immer unentscheidbar. Wird die Berechnung irgendwann mal halten? Unentscheidbar. Wird sie nicht halten? Unentscheidbar. Ist der Wert garantiert in einem bestimmten Bereich oder ist das Ergebnis garantiert von dieser oder jener Form? Alles sind, das sind Dinge, die typischerweise unentscheidbar werden können für solche beliebigen Programme. Man kann natürlich Fälle finden, wo man das leicht sieht, aber in der Regel kann man es nicht automatisch bestimmen. Und das ist eigentlich immer dann unerwünscht, wenn wir nicht gerade programmieren. Also wenn wir nicht darauf vertrauen, dass vor dem Bildschirm eine Programmiererin sitzt, die ihr Handwerk versteht und die sicherstellen kann, dass das Programm in der Regel in den Fällen, für die es gemacht ist, auch wirklich terminiert. Und das passiert in vielen Fällen. Ich habe in dem Foliensatz, den Sie unten in den Links finden, noch ein paar mehr oder weniger amüsante Beispiele zusammengetragen, die es dazu gibt. Sachen wie SQL oder Microsoft PowerPoint ist auch Turing mächtig oder Magic the Gathering, das Tauschkartenspiel. Also man kann Turing-Maschinen in vielen interessanten Formalismen und Regelwerken formulieren, selbst in Zwei-Spieler-Kartenspielen. Okay. Das soll es für diesen Teil gewesen sein. Damit endet dieses Video. Wir haben einiges über das Halteproblem gelernt und ein bisschen uns die Theorie angeschaut und vielleicht auch ein paar ganz interessante Argumente kennengelernt, wie man sowas zeigt. Als nächstes sollten wir mal wieder ein bisschen stärker zurückkommen zu den Sprachen. Ich habe immer noch offen gelassen, wie man jetzt zu den Typ-Null-Sprachen kommt. Und was ist eigentlich mit den Typ-I-Sprachen? Über die spricht irgendwie keiner mehr. Wir sind mit den Turing-Maschinen glatt darüber hinweg gesprungen. Kann man das dann irgendwie auch wieder beschränken, um nicht gleich Typ-Null komplett zu erhalten, sondern eben nur Typ-I. Das werden wir auch in Kürze sehen. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.